Nach dem Wintereinbruch vergangenes Wochenende ist an vielen Stellen in unserer Region wieder Wintersport möglich, vor allen Dingen beim Skilanglauf. Eine gute Übersicht zu den einzelnen Leuten im Monschauer Land gibt es auf der Eifelseite. Dort findet ihr alle Skigebiete im Überblick. An verschiedenen Stellen in der Nordeifel können auch Schlittenfahrten mit Pferdeschlitten gebucht werden, für Gruppen von 8 bis 30 Personen. Für weitere Auskünfte dazu wendet ihr euch am besten an die Tourismuszentren oder die Nationalparktore. Die Touristinformation in Monschauer und Höfen ist diesbezüglich telefonisch zu erreichen über 02472 80 480 oder 02472 80 250 79. Bei Steffens Skyk könnt ihr sogar Schneeschuhe leihen. Das hängt aber von den jeweiligen Schneehöhen ab. Für Infos einfach die Webseite besuchen. Ein umfassendes Informationsangebot zur aktuellen Wintersportlage bietet der Schneelagebericht auf der Seite Ostbelgiens mit allen Verlinkungen zu den Standorten. Im Simmeraterraum ist die Läupe in Lammersdorf jetzt gespurt. Die Läupe ist zwar befahrbar, aber aufgrund der zu geringen Schneemenge nur von mäßiger Qualität. Einstieg ist auf dem Rundell an der Stüttgesgasse. Allgemein sind die Straßen in der ganzen Region gut befahrbar. Aber Winterreifen sollten immer aufgezogen sein. Die Läupe ist zwar bewegend aus dem Rundell an der churches aus dem Rundell an der Stüttgesgasse. Der Läupe ist zwar bewegend aus dem Rundell an der Stüttgesgasse. Und der Läupe ist zwar bewegend aus der Läupe im Läupe. Vielen Dank.